Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Video von Let's Play World of Warships. Und bevor wir in den Krieg bzw. ins Gefecht stürzen, will ich euch erst einmal natürlich das Spiel etwas näher bringen. Und zwar, ihr seht hier, ja den Hangar kann man nicht sagen, also eher die Werft. In dem Fall unten seht ihr es ganz gut, zwei Schiffe aktuell, zwei Starterschiffe. Die Nationen sind zu Beginn USA und eben Japan. Hier haben wir die Arry. Und dann gibt es noch bei den Japanern die Katori Tier 1. Die Ladezeit ist natürlich auch, aber ihr seht schon, was wirklich, und das ist schon sehr beachtlich, aus der Big World Engine hier herausgeholt wird. Also das Ganze schaut schon deutlich stimmiger aus, als man es vielleicht dachte bzw. kennt. Wasserreflexionen sind wirklich sehr schön, aber ich für meinen Teil will jetzt mal mit der Arry starten. Da können wir uns auch gleich den Tech Tree anschauen. Die Russen gibt es auch schon mit der Aurora, einem Tier 3 Premium, aber wir starten hier mit der Arry. Und wir sehen, es gibt praktisch wieder klassisch Tier 10, wie man es kennt. Es gibt die schnellen Zerstörer. Und das sind natürlich die klassischen Kampfschiffe. Und es gibt auch Flugzeugträger. Bei der Arry, ich konnte hier schon sie aufwerten. Dementsprechend ist sie jetzt schon hier im stärksten Bereich. Und jetzt machen wir es aber nicht mehr zu spannend. Jetzt stürzen wir uns ins Gefecht. Natürlich ist hier die Wartezeit immer noch ein Mittel. Man muss es laden und außerdem... Oh, das ging aber schnell. Wir sind hier in einem klassischen Tier 1 Gefecht, wie man so schön sieht. Standard Gefecht. Karte nennt sich Islands. Ich überspringe einfach mal hier den Ladescreen. So, und hier sind wir mitten im Gefecht. Wir sehen hier schon unser Schiffchen. Unten gibt es auch wieder HE-AP-Granaten. Man kann auch sein Schiff reparieren und den Kurs ansetzen. Man kann sogar einen Autopilot nehmen. Wenn ich sage, jetzt will ich hier hin, macht er das. Es gibt zwei Basen, die man einnehmen muss. Oder natürlich, wie bekannt, durch Zerstören aller Gegner. Erstmal will ich jetzt natürlich hier ein bisschen wegkommen. Beziehungsweise die Gegner von mir weghalten. Aber da kommt schon der erste, Cunningham. Und man sieht, man kann mit Alt, sieht man in etwa die Zeit, bis die Schüsse eintreffen. Und auch die Distanz zum Schiff. Also da dementsprechend ein bisschen vorhalten. Und auf die Wasserlinie achten. Da könnte ich einen schönen Hit landen. Wir schießen natürlich aus allen Rohren. Und der könnte ihn schon das Leben fast kosten, hätte ich schon gesagt. Da, der nächste. Man sollte auch immer ein bisschen die Inseln und alles um sich herum beachten. Das war ein bisschen zu wenig vorgehalten. Das muss ich natürlich korrigieren. Wir feiern aus allen vier Rohren. Außer natürlich, wenn wir uns jetzt so drehen, wie ich es gerade mache. Dann können nur noch die Heckwohre dahin halten. Bin auch fleißig am drehen. Beziehungsweise wir könnten auch hier auf den Gegner gehen. Ah, der wurde schon zerstört. Aber auch die Explosion sehr schön. Also ich denke, man sieht aus der Grafik-Engine wird hier das wirklich letzte rausgekitzelt. Der steht jetzt natürlich gut zu ihm. Er achtet auch gar nicht auf uns. Man kann mal so pauschal sagen, die AP-Granaten für die etwas schwereren gepanzerten, die HE-Granaten, wie man es kennt, für die leichten. Oder bei hier auf tier 1 kann man alles fast beschießen, wie man will. Oh, der ist auch weg. Jetzt wieder ein sehr weit entferntes Ziel. Über 10 Kilometer. Dementsprechend auch eine sehr lange Shell-Travel-Time von 6 Sekunden. Der Schuss ist eher ein Verzweiflungsschuss. Das wird wahrscheinlich nicht treffen. Wobei gar nicht viel daneben war. Ich habe sogar getroffen. Sieht man auch an den Target Hits. Aber wir gehen hier auf das Ziel. Das ist gerade leichter, seitlich zu treffen. Hat sich nämlich ein bisschen festgefahren, der Junge. Und ich finde, die Geschwindigkeit ist auch wirklich sehr angenehm. Also es ist nicht so langsam, wie man am Anfang vielleicht befürchtet hat. So. Jetzt muss man aufpassen, dass ich hier nicht da reinstoße. Jetzt werden wir beschossen. Moderater Schaden. Aber natürlich hat er getroffen. Wir revanchieren uns sofort. Ist nicht weit weg, der Kamerad. Deswegen dementsprechend nicht nötig, allzu weit vorzuhalten. Und jetzt gehen wir in die volle Breitseite. Schießen aus allen Rohren. Und das Spiel ist vorbei. Wir sind siegreich. Haben 44 Kits gelandet. Davon vier kritische. Sind hier mit den Experience ordentlich im Mittelfeld gelandet. Leider kein Abschuss. Dann wäre es dementsprechend noch weiter nach oben gegangen. Und wir sehen 14.600 Schaden gemacht. Aller Ehren wert. Also ich glaube, man kann sagen, definitiv eine ordentliche Runde. Und Back to Port. Da sieht man auch noch mal das ganze Experience. Man steigt im Rang aktuell noch nach oben. Das ist so in der Beta zumindest noch der Fall. Und man kann jetzt auch eventuell sein Schiff weiter ausbauen. Das ist mir jetzt leider nicht vergönnt, weil das Tier 2 noch etwas braucht von den XP. Sieht man hier ganz gut. Die Chester erfordert noch 433. Das heißt, da ist nicht mehr lang bis dahin. Und ansonsten gibt es hier, wie gesagt, aktuell die Stufen. Für Stufe 1 kann man Co-Op-Battles teilnehmen. Bei Stufe 2 Random-Battles eben wäre dann hier wir haben gerade gegen Bots gespielt. Dann ab Stufe 3 Tagesmission und so weiter und so fort. Also hier auch noch ein gewisser Progress. Und das wäre dann die Chester, auf die wir uns auch noch freuen dürfen. Dementsprechend hoffe ich, euch hat es die erste Preview gefallen. Es werden definitiv noch mehr folgen. Dementsprechend bleibt am Ball. Ich wünsche euch alles Gute, euer Alcaramba.